Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, bürn mich aus. Das ist so verdammt eng, aber ich brauche dich gar nicht mehr da drüben. Du kannst doch dein Portal nachher... Ich komme hier nicht durch. Wo kommst du nicht durch? Da, wo ich jetzt davor stehe. Das ist ein Gitter. Ja gut, aber du kannst die Murmel ja... Ich leg die Nummer da hin, du kannst jetzt runterspringen. Ja, aber wie soll ich dir die holen jetzt? Am roten, da liegt sie. Ab. Ah ne, jetzt mussten wir aber zuerst das hier wieder deaktivieren, dass ich den strahle. Jetzt gehe ich da durch, drücke einen Knopf. Und dann kann ich uns eins machen, wo wir drauf können. Ja, das muss... Ne. Sind beide weg? Und beide weg, ja. Du musst mir hier das Ding erst deaktivieren, dass ich... Äh, weiß gar nicht, dass ich das machen kann hier drin. Ne. Doch, klar, ich muss hier unten machen. Du musst dann oben drüber einsetzen, ne? Mhm. Achso. Flitze ich mal da durch, ne? So, ich kann's hier setzen. Du kannst dann hier setzen. Das war zu langsam. Und nochmal. Kannst du da ins Höhe aussetzen? So. Gerade wo du sagst, ist mir aufgefallen, ja. Wie kommen wir jetzt da rein? Wie kommen wir jetzt da rein? Na, wie wir hier hinten, oder? Weil... Ne, geht auch nicht. Hä? Ja, wenn ich den Ding... Ich geh da einfach mal durch. So. Ja, hä? Kann das sein, dass... Hä? Wenn das da drauf muss, ist ja klar. Dann sind halt die Dinger hier weg. Wenn du dir das Portal holst... Welches? Blaue. Ne, ne, lass mich mal senieren kurz. Oh, ne, seniert nicht so viel. Geht ist das, dass du, dass du mich hier hochlässt? Und du dein Portal hier und hier hin machst? Wo? Da? Hier eins und hier eins. Weißt du, dass ich nachher nur da durchlaufen kann? Dann müsste ich nur da hochkommen irgendwie. Und die Murmel würde dann auch nicht weiter stören hier. Das geht. Oder muss ich die setzen? Naja, geht doch gar nicht. Jetzt muss erst mal einer da hoch. Das geht so. Jetzt einfach. Und umsetzen. Ich muss nämlich höher. Und jump. Du kannst jetzt auch das Portal hier setzen, oder? Und du oben auf den Knopf drauf trittst. Ja. Dann lass uns das mal doch geschwind ausprobieren. Ja. Ich könnte jetzt theoretisch rücken. Ja, aber scheiße, wenn ich jetzt durchgehe, dann... Ich bin nur noch immer nicht oben. Ja. Hä? Wir müssen beide da hoch, oder was? Und der Knubbel muss hier da hoch bleiben. Ja. Wie soll denn das gehen? Nein. Ich habe da eine Idee. Geh mal rüber. Nein, das geht ja nicht. Ich kann da nicht mein Portal hier umsetzen. Du kannst deine auch nicht umsetzen. Und wenn du dir... Nee, der Strahl, den kriege ich ja von dir, gell? Nee, dann machst du dir gerade selber hier. Okay. So doof sind wir doch nicht, oder? Scheint wohl doch so. Ich will TNT. Auch. Ja, jetzt muss ich nur oben wieder hochkommen. Ich meine, das mit dem Stein bekomme ich vielleicht auch von da oben hin. Du hast da schon ein Portal. Wenn du das umsetzen kannst, komme ich nicht mehr zurück. Ne? Jetzt dein Blau ist mal ein bisschen höher. Finde ich. Ich muss dich mal durchducken. Boah, hart am Failen heute mal wieder, ne? Mach mal den Doppel da aus. Wir sind wieder hochgekommen. Da ist natürlich die Türe. Welche Türe? Guck mal. Flipp, flup. Du nimmst dir da ab und machst da hin. Und durch. Ja. Aber es kommt mal trotzdem ich da. Ist doch scheiße. Ja. Geht der nicht. Einer braucht halt sein Portal hier auf jeden Fall. Wo? Hier. Oder auf der anderen Seite. Aber wenn du jetzt dein Portal rüberfetzt, dann kommst du auch nicht wieder rüber, ne? Ja. Also ich meine, kommst du nicht hier hoch. Andere Seite setzen, gell? Aber das bringt halt nichts. Cut mal. Goche mal. Mach mal noch mal das Ding aus? Mach mal nochmal das Ding aus. Untertitelung des ZDF, 2020